Hallo, heute ist ein spannender Tag für Bücher. Hier steht irgendwo Dauerwerbesendung. Das muss da ja stehen, weil ich jetzt Werbung mache für ein Buch. Und hinter der Kamera sitzt die Sena. Ja, hi. Und ich werde euch natürlich verraten, worum es geht. Es geht um Jacques Berndorf Eifel Blues und das ist ein Eifel Krimi. Ja, ihr kennt ja diese lokalen Krimis. Ich bin leider in der Eifel nicht so zu Hause. Ich war da nur mal auf Klassenfahrt, mochte die Eifel aber total gerne. Und darum habe ich mich sehr gefreut, diesen Krimi entdeckt zu haben. Ja, worum geht es? Es geht um einen Journalisten, um Siggi Baumeister. Der hat ein Bauernhaus, sich irgendwann mal gekauft, denke ich, in der Eifel. Und ist da gerade dabei, sich eine Mauer anzulegen. Er hat Urlaub. Er ist nämlich eigentlich Journalist. Und genießt es einfach mit seiner Katze Krümel, in dem Bauernhaus zu sein. Ja, aber da geht natürlich schon wieder das Telefon. Und sein Chef ruft an und sagt, pass mal auf, da ist was faul in der Eifel. Häng dich mal an den Fall ran. Ja, und dieser Fall ist nicht ohne. Im Wald wurde ein Jeep gefunden mit zwei erschossenen Menschen drin, einer Frau und einem Mann. Und es gibt auch noch eine weitere Leiche. Tja, wer weiß. Hat es was mit Spionage zu tun? Dort sind ja überall noch diese Bundeswehrdepots. Und oder ist es einfach nur ein Eifersuchtsmord? Er bekommt es dann auch noch mit einer sehr unangenehmen Person zu tun, die nicht gerade zeitbeseitet ist. Ich fand das sehr, sehr spannend gemacht. Es gibt auch immer wieder Wendungen. Er hat auch eine Liebelei laufen. Seine Freundin kommt, Elsa, die dann auch mit in den Fall mit hineingezogen wird. Und ich muss sagen, mir hat es wirklich gut gefallen. Ich dachte erst, naja, wenn das so viel mit Bundeswehr und so weiter zu tun hat, ist das eigentlich was für dich. Aber ich muss sagen, ich mochte ihn. Ich mag Elsa, ich mag die Katze Krümel und ich mag natürlich die Eifel. Von daher war das alles sehr, sehr schön. Es ist wirklich sehr gut durchdacht. Es ist gut konstruiert. Ich bin da sehr lange auf falschen Pferden rumgetappt. Aber es war wirklich spannend. Wenn ihr euch also für Krimis interessiert, wenn ihr vielleicht sogar in der Eifel zu Hause seid, dann ist das garantiert was für euch. Mir hat es jedenfalls sehr, sehr viel Spaß gemacht, diesen Krimi zu lesen. Und ich habe auch schon den Nachfolgeband auf dem Sub liegen. Der wird garantiert jetzt irgendwann auch gelesen. Also das ist eine entsetzlich lange Reihe. Ja, ich glaube, es gibt fast über 20. Also ich glaube, über 20 Teile. Also wenn ihr euch mit der Reihe anfreunden könnt und mit Sigi Baumeister, so heißt nämlich auch die Reihe, dann seid ihr hier sicher, dass es noch ordentlich Nachschub gibt, wenn ihr damit anfangt. So, und das war es von mir. Ich bin gespannt auf den nächsten Teil, ob es da auch wieder um Bundeswehr geht oder ob da mal vielleicht einfach nur ein Bauer auf dem Feld liegt. Bis dann!